Hi, ich bin's Gustav Witteff und ich muss das Intro halt nochmal neu aufnehmen, weil die Folge war komplett anders geplant. Es war eigentlich Road to 20 Kills, was es aber nicht geworden ist, denn ich habe was cooles anderes gemacht. Wie der Titel schon sagt, ich habe einen Turm gemacht mit Fallen oben drin und vielleicht ist da jemand reingelaufen. Vielleicht habe ich so gewonnen, man weiß es nicht so genau, ne? Road to 20 Kills ist halt eher so, dass ich ruhiger bin und mich konzentriere. Deswegen ist in der Runde etwas weniger gesprochen und halt mehr konzentriert, mehr Kämpfe beachtet und sonst was. Und wenn ich teilweise schlimme Fehler gemacht habe, am Ende haben wir auf jeden Fall nicht total verkackt. Dankeschön, dass ihr dabei seid und viel Spaß in der Folge. Das war nicht einfach. Ich wollte mein Leben, ich sag's dir. Ich wollte mein Leben. Schade, dass ich nicht beide Kills abhaben konnte, aber... Man kann nicht alles haben, was man will. Man kann vieles haben, aber nicht alles. Und dann wird gekämpft. Der hat mich noch gesehen, da. Was war das? Kannst du das zu mir erklären? Der hat bestimmt eh wieder nur einen Kill abbekommen, ich kenne mich doch. Ey, Mann. Oh, da ist noch einer drin. 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 Das war's. Cool, dass du zu uns gekommen bist, Bro. Wolltest du mal was nehmen, ne? Den hab ich auseinander gepflückt. Ich weiß, dass ich da viele Sachen liegen lassen hab. Aber das ist halt alles nicht so wichtig wie Kämpfen. Kämpfen ist dann viel, viel wichtiger an dem Punkt. Ich weiß, dass hier ne blaue davon lag und so weiter und so fort. Aber das war halt, wie gesagt, nicht das Wichtigste. Boah, wie er laggt. Er kommt zum Glück auf meine Ebene runter. Okay, scheinbar ist ja nicht das Beste im Bilden. Na, ich sag hier nur. Ich glaub hinter mir war jemand, oder? Ja. Komm. Danke. Hat ja lang genug gedauert. Wer bist du? Wo steckst du? Und wie schnell kann ich dich töten? Hehe. Hehe. Hm. Hab ich doch gedacht, dass ich hier jemanden gesehen hab. Ey. Ey, was hab ich mir da für ne Mühe gegeben, ey. Ja, Baby. Let's go. Nein, jemand anderes hat noch jemanden getötet. Oh. Hi. Gott. Raketenwerfer, Bitches. I hate it so much. Raketenwerfer im Nahkampf ist das Unfeste, was es gibt, ne? I hate it so much. Wie man da einfach nichts gegen tun kann, ne? Oh, komm dir mal mit den Raketenwerfer an. Guckst du halt blöd. Na, guckst du halt blöd. Na, der ist hier oben drauf auf jeden Fall. Besser. Awww. What the fuck just happened? Was war das gerade, oder? Okay. Der ist heftig. Oh Gott. Jo. Super gespielt, Bro. Oh, man. 12 Kills. Okay, okay, okay. Wir haben noch 3 mögliche übrig. Das heißt, wir kommen auf 15. Maximal. Oh. Oh. Ah. Da ist gerade jemand hingelandet. Habe ich auch einen Jump Pad? Nein, habe ich nicht. Dammit. Ah. Nein, die töten sich. Du auch einen Jump Pad. Ach. No. Du, 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 du und weißt. Nein! Was er hin? Bruh. Ach da. Ey. Das war lustig. Ja gut, ich kann, also wir haben jetzt einen Gegner noch und ich komme auf 14 Kills maximal. Das ist natürlich eigentlich zu wenig für diese Serie. Ich meinte ja schon mindestens 15 Kills. Ja, so lange, ne? Ein bisschen Spaß muss sein. Und das Glück von ganz allein. Warum ist die Person da reingelaufen? Oh, Alter. Ich verstehe die Leute. Das ist doch, ist doch klar, was das ist, oder? Oh mein Gott. Er läuft da halt wirklich rein. Ich komme von lebendig, klar. Ab in die Wiederholung, bitte. Zoom richtig weit raus. So. Oh, ist es perfekt. Der kommt, er geht halt wirklich. Warum? So, aber knapp, ne? Die kommt nämlich nur so ganz knapp dran. Boah, aber dann. Aber hallo. Ist das geil, Mann. Au, Baby. Ey, dankeschön, dass du dabei wart. Das werde ich auf jeden Fall hochladen. Das ist eigentlich die Road to 20 Kills gewesen. Das war eigentlich die Aufnahme dafür. Aber das Ende fand ich jetzt zu schön. Es ist unter 15 Kills, was ja eigentlich meine Wertung ist, sozusagen. Ich will, unter 15 Kills kommt mir nichts in diese Serie. Deswegen wird das auch nicht diese Serie. Aber deswegen habe ich die ganze Zeit immer wieder drüber geredet. Oh, das hat ja gerade, aber das Ende. Keine Ahnung, Mann, ey. Wir hatten das letzte, das letzte Video ist schon so geendet, dass ich ja jemanden mit dem Fallen getötet habe. Und dieses Mal haben wir das einfach nochmal geschafft, aber mit einem Fallen-Turm. So, mein erstes Mal jetzt. Ich meine, ne, langsam, alles langsam. 14 Kills, ähm, gegen ziemlich gute Spieler teilweise gewonnen. Freut mich, Mann. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Macht's gut? Oh, wie tut er, sie ist das. Ach. So, war knapp, ne? Die kommt nämlich nur so ganz knapp dran. Aber dann. Aber hallo. Ha 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 ha.